Dienen Sie, Herr Chorkommandant, dem Volk oder der Politik? Dass sich Russland vorbereiten könnte auf eine Ausweitung, die Anzeichen, die man hat, Russland hat umgestellt auf eine sogenannte Kriegswirtschaft, also man produziert staatlich beauftragte Kriegsgüter, man sagt, dass es bis zum Beispiel 1000 Kampfpanzer pro Jahr sind, die wiederhergestellt werden aus Alten oder neu produziert werden. Nur ein Teil geht an die Front in die Ukraine. Russland ist daran, eine neue Armee aufzustellen und aus all diesen Zeichen schliesst man, dass … Stellen Sie sich als Chef der Armee vor, Sie dürften die Rekrutenschule ganz neu aufsetzen. Ungeachtet vorhandener Infrastruktur, Gesetze und Waffensysteme. Wenn Sie komplett frei wünschen könnten, wie würden Sie eine zeitgemäße, kluge und militärische Grundausbildung gestalten? Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zum Podcast der Schweizer Armee. Ich bin oberstem Generalstaat Matthias Müller und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Die heutige Folge ist eine ganz spezielle Folge. Nicht nur, weil der Gast, der Chef der Armee, Chorkommandant Thomas Süssli ist, sondern weil auch nicht ich die Fragen stelle, sondern Sie. Sie haben mir nämlich etliche Fragen eingesendet und die werde ich in dieser Folge dem Chef der Armee stellen. Herzlich willkommen, Thomas, zu diesem doch etwas speziellen Podcast. Guten Morgen, Matthias. Was hast du das Gefühl? Ich habe vor 48 Stunden auf sozialen Medien, auf meinen Kanälen, die Leute aufgefordert, Fragen zu stellen. Was hast du das Gefühl? Wie viele Fragen sind etwa reingekommen? Ja, schwierig zu sagen. Ein paar Dutzend. Ja, es sind fast 150 Fragen in der 48 Stunden. Also ich war sehr überrascht und ich muss auch sagen, es war nicht ganz einfach, eine Auswahl zu treffen, weil es waren sehr viele gute, Fragen. Ich werde gerade mit der populärsten Frage anfangen. Diejenige, die am meisten Stimmen erhielt. Und das ist eine spezielle Frage auch etwas. Wie stellen Sie sicher, möchte jemand wissen, dass Sie in Ihrem engsten Kreis nicht nur Ja-Sager haben? Was tun Sie dafür, dass in der doch hierarchischen Armee auch kritische Stimmen gehört werden? Ich glaube, jede Führungskraft in jeder Position muss sich überlegen, wie sie sich ergänzt, wie sie Leute um Sie herum hat, die Sie beraten können, aber die auch verschiedene Meinungen einbringen. Ich mache das sehr bewusst. Übrigens auch, der Stellvertreter sollte einen von der Persönlichkeit auch ergänzen. Sollte jemand sein, der auch den Mut hat, einem einmal einen Tipp zu geben oder vielleicht einmal sagen, du, das hast du jetzt vielleicht nicht so gut gemacht, das könnte man besser machen. Das mache ich sehr gezielt. Ich versuche auch, verschiedene Gremien zu schaffen, wo ich Austausch habe. Ich versuche in all diesen Gremien auch immer wieder zu ermuntern, die Meinung zu sagen. Da gibt es auch kleine Tipps. Zum Beispiel, wenn man in einer Gruppe ist als Chef, dass man nicht zuerst spricht, sondern zuerst die Meinungen anhört. Weil wenn man die eigene Meinung gesagt hat, dann wird es schwieriger, für die anderen zu widersprechen. Ich denke, ich habe solche Leute. Ich habe auch ein gewisses Flair dafür, Leute, die etwas unkonventionell sind, um mich zu scharen für Projekte oder besondere Aufgaben. Und die geben mir auch verschiedene Meinungen, geben mir auch Feedback. Das ist mir persönlich ungemein wichtig. Also du denkst, das ist auch etwas Wichtiges überhaupt für einen Chef im Bereich Leadership, dass man sich auch umgibt mit kritischen Denkern? Absolut. Denken. Absolut. Das muss man sich auch… Am Schluss geht es um die Sache, um das beste Resultat zu haben. Und wenn man eine Kultur schafft, in der Feedback, in der anderen Meinungen nicht gefragt sind, dann schadet man schlichtweg der Sache. Wir haben auch viele kritische Fragen erhalten. Und ich habe das etwas gruppiert. Zuerst etwas zur Sicherheitslage und Europa. Und hier stellt jemand die Frage, vor rund zwei Wochen hat sich der Ukraine-Krieg zum zweiten Mal gejährt. Welche sind die wichtigsten Lehren, die Sie als Chef der Armee aus diesen zwei Jahren Krieg jetzt gezogen haben? Wir beobachten die Situation in der Ukraine sehr genau. Das sind einerseits die Nachrichtendienste, der Nachrichtendienst des Bundes, der militärische Nachrichtendienst, aber natürlich wir alle auch. Und ich habe auch viel Austausch mit anderen Armeen, mit anderen Armeeschefs. Und etwas Erstaunliches ist, es ist immer noch das alte Kriegsgerät. Das ist nicht das Erstaunliche. Jede Armee kämpft mit dem, was sie hat zu Beginn eines Konfliktes oder Krieges. Aber es ist eine Mischung zwischen alt und neu. Und vor allem diese Mischung, die ist neu, noch nie so gesehen. Drohnen sind tatsächlich ein Disruptor, ein Game Changer. Drohnen machen das Gefechtsfeld gläsern. Es ist für beide Seiten nicht möglich, grosse Truppen zu konzentrieren, ohne gesehen und dann auch zerschlagen zu werden. Auf der ukrainischen Seite zu Beginn Innovation hat eine grosse Rolle gespielt, Adaption. Die Ukraine hat zum Beispiel mit IT-Spezialisten ein System entwickelt, das heisst Delta. Das hilft dem Austausch von Daten über alle Hierarchiestufen. Also wenn jemand eine Feststellung macht, etwas beobachtet, dann steht diese Information allen zur Verfügung. Auch eine Rolle spielt die Art, wie geführt wird. Diese sogenannte Auftragstaktik. Die Ukraine im Gegensatz zu den russischen Streitkräften, sie führen mit Aufträgen, lassen viel Handlungsspielraum für die Unterstellten. Wenn man sich vorstellt, ist eine mehrere hundert Kilometer lange Frontlinie. Da hat es überbautes Gebiet, bewaldetes Gebiet, offenes Gelände. Das wäre gar nicht möglich, zentral zu führen. Und das macht sicher einen Unterschied aus. Und dann kommt natürlich dazu die Rolle der Luftwaffe, der Luft. Interessanterweise, und das ist etwas überraschend für die Analysten, es ist keiner Seite bisher gelungen, die Luftüberlegenheit zu erlangen und so die Entscheidung herbeizuführen. Wenn man jetzt weiterschaut, gibt die Aussage, ich habe das gehört auch aus internationalen Kreisen, finde ich das noch eindrücklich, wenn man sagt, Russia is weaponizing time. Also Russland macht Zeit zu einer Waffe. Russland hat mehr Ressourcen, sei es personell, materiell, und sie scheinen auf Zeit zu spielen, um diesen Vorteil auszunutzen. Das sind jetzt alles Lehren, die du erwähnt hast. Gibt es auch schon Konsequenzen, die du daraus gezogen hast, für die Schweizer Armee? Wenn wir das beobachten, dann ist natürlich die nächste Frage, was bedeutet es für uns? Und gerade im Bereich Drohnen-Drohnenabwehr sind wir jetzt auch gewisse Massnahmen am Umsetzen. Eine Massnahme ist, wir prüfen selber den Einsatz von sogenannten Loitering Munition. Das ist lauernde Munition, also das sind Kampfdrohnen, die fliegen. Auch die Drohnenabwehr spielt eine grössere Rolle. Wir konnten letztens einen Besuch in Italien machen. Das war ein Schwergewicht, weil Italien ist dort weit fortgeschritten mit Drohnenabwehr. Und wir werden jetzt das in unsere eigenen Konzeptionen einbeziehen und umsetzen. Jemand möchte wissen, die Person schreibt, sehr geehrter Herr Co-Kommandant, brauchen wir überhaupt noch eine Armee? Ich sehe ein Missverhältnis zu den Ausgaben für die Armee und der Wahrscheinlichkeit eines Verteidigungsfalles. Ja, ich glaube, wir brauchen sie mehr denn je. Und das ist auch das, was unsere umliegenden Länder jetzt im Moment vollziehen. Es wird mehr investiert in Sicherheit, mehr in die Armee. Unsere Armee, muss man sich auch bewusst sein, ist ja nicht nur Verteidigung. Da hat man immer das Gefühl, es ist ein Krieg am Boden. Verteidigung beginnt schon viel früher. Es beginnt heute schon mit Informationsoperationen im Informationsraum. Da ist in der Schweiz nicht die Armee zuständig, aber dann im Cyberraum, wo die Armee auch ein wichtiger Player ist, ein wichtiger Mitspieler. Und wenn Sie ein Szenario dann, kann man sich vorstellen, bei einer Eskalation eines Konfliktes, da können irreguläre Kräfte wirken im Land. Das könnte eine Bedrohung aus Distanz sein. Das heisst, dass man die Schweiz mit Fernwaffen unter Druck setzt. Und bei all diesen, ich sage jetzt etwas, robusteren Bedrohungen spielt die Armee eine Rolle. Das heisst, der Schutz der Bevölkerung aus der Luft, die Luftwaffe, bodengestützte Luftverteidigung, das heisst, der Raketen-Awehr spielt eine Rolle. Dann kann die Armee auch zivile Infrastruktur bei der Cyber-Awehr unterstützen, subsidiär, aber wenn es zu einem Konflikt kommt, dann auch als Hauptaufgabe. Also für all das braucht es eine breit aufgestellte Armee mit den richtigen Fähigkeiten und natürlich genügend Menschen, die diese Fähigkeiten ausüben. Du hast jetzt verschiedene Bedrohungen angesprochen. Das geht genau in die nächste Frage. Da stellt jemand folgende Frage. Wie sehen Sie die Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges auch in Richtung Zentraleuropas? Und wenn Sie eine solche Gefahr erkennen, welchen Rat geben Sie den Bürgerinnen und Bürgern der Schweiz? Im Austausch mit anderen Armee-Chefs, und wir haben das die letzten Wochen immer wieder gehört, verschiedene Länder haben Alarm geschlagen. Und diejenigen Länder, die näher bei Russland sind, ein Zitat, das finde ich ziemlich beschreibend war, ihr seht den Rauch und wir sehen das Feuer. In den nachrichtendienstlichen Kreisen dieser Länder geht man davon aus, dass sich Russland vorbereiten könnte auf eine Ausweitung. Die Anzeichen, die man hat, Russland hat umgestellt auf eine sogenannte Kriegswirtschaft. Also man produziert staatlich beauftragte Kriegsgüter. Man sagt, dass es bis zum Beispiel tausend Kampfpanzer pro Jahr sind, die wiederhergestellt werden aus alten oder neu produziert werden. Nur ein Teil geht an die Front in die Ukraine. Russland ist daran, eine neue Armee aufzustellen. Und aus all diesen Zeichen schliesst man, dass, falls Russland dann im Ukraine-Krieg gewinnt, dass es dann ein Probing machen könnte. Mit Probing ist gemeint, ein kleiner Angriff auf ein, möglicherweise auf ein Nachbarland. Und dann somit eigentlich aufzuzeigen, dass NATO-Artikel 5 nicht funktioniert. Das ist so das, was die Auffassung, die einige Länder in Europa haben. Sollte so etwas passieren für die Schweiz, die Schweiz wäre dann nicht unmittelbar bedroht. Aber wenn der NATO-Schutz wegfällt in Europa, auch wenn die USA Europa nicht mehr unterstützen würde militärisch, das könnte die Sicherheitslage in Gesamteuropa verändern. Und wichtig hier drin ist, wir sind geografisch mitten in Europa und die Schweiz darf nicht zu einem Sicherheitsvakuum, zu einem Sicherheitsloch werden. Die Erwartung an die Schweiz, an die Nachbarn ist, dass wir zumindest unseren eigenen Luftraum und unser eigenes Territorium selber schützen können. Was es für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet, nicht, es besteht keine unmittelbare Gefahr. Das sagt auch die Sicherheitsbeurteilung unserer Nachrichtendienste. Es ist keine unmittelbare Gefahr. Was übrigens, was ich persönlich finde, was sowieso eine gute Idee ist, wir haben noch letzten Winter über Strommangellage gesprochen. Und vielleicht wäre es keine schlechte Idee, wenn jede und jeder im Keller einen kleinen Notvorrat hätte. Aber das ist mehr ein allgemeiner Hinweis. Du hast jetzt die Einschätzung angesprochen. Das geht auch in Richtung der nächsten Frage, wo jemand wissen möchte, was macht sie als Chef der Armee bzw. die Armeeführung sicher, dass die Einschätzung der geopolitischen Lage stimmt und sie daher auf dem richtigen Weg sind? Welche gegenteiligen Meinungen berücksichtigen sie? Und die Person sagt dann, meine These, keine. Das wichtigste Instrument, das wir haben für das Lagebild, sind unsere Nachrichtendienste, der Nachrichtendienst des Bundes, aber auch der militärische Nachrichtendienst. Man hat manchmal den Eindruck, die hatten geheime Informationen. Das stimmt zum Teil auch, aber vieles sind offene Informationen. Geheime Informationen haben in der Regel eine kurze Halbwertszeit. Das Besondere dort sind die Analysten. Die Analysten erarbeiten eine These, ein Bild und fügen dann alle diese Informationen, und das sind auch unkonventionelle Informationen, in dieses gesamte Lagebild ein. Und das wird dann auch laufend überprüft. Also man versucht, Vorhersagen zu machen und überprüft dann laufen, ob diese Modelle stimmen. Und ich denke, dieser Ansatz, der ist sehr zuverlässig. Die folgende Publikumsfrage geht dahingehend um die Verteidigung der Schweiz und die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee. Die Frage lautet, die Schweizer Armee müsste in der Lage sein, unser Land 365 Tage im Jahr während 24 Stunden verteidigen zu können. Kann sie das? Und wenn nein, warum ist es so weit gekommen, dass sie das eben nicht mehr kann? Ja, ich spreche manchmal auch von der AAA-Armee, von dieser 3A-Armee. Gemeint damit ist zuerst die personelle Alimentierung. Es braucht genügend Personal, dann braucht es genügend Material. Und das dritte A steht für die Ausbildung. Also Alimentierung, Ausrüstung und Ausbildung. Wenn ich durch diesen Punkt durchgehe, im Moment, die Alimentierung, wir haben eine Armee mit 100.000 Armeeangehörigen, das ist der Sollbestand. Und das reicht für die dringlichsten Aufgaben. Die Armee ist sehr breit aufgestellt. Die Armee macht vieles. Die Armee wirkt in der Luft, wirkt in der Luftverteidigung, wirkt am Boden mit Infanterie, mit schweren Kräften, auch mit den Truppen, die Unterstützung leisten können, Spitaltruppen, Rettungstruppen, also ein enorm breites Spektrum bis und mit Cybertruppen. Und diese 100.000 erreichen gerade einmal für das Minimum. Wenn sich die Lage verändern sollte in Europa, dann wäre es tatsächlich auch am Bundesrat zu entscheiden, zum Beispiel ob man gewisse Jahrgänge behalten möchte. Das ist dem Bundesrat möglich gesetzlich. Das könnte heissen, man könnte einige Jahrgänge wieder einbeziehen und so den Armeebestand erhöhen. Bei der Ausrüstung in den letzten Jahren, ja, die Armee musste aufgrund des kleiner werdenden Budgets Prioritäten setzen. Man hat 2004, da hat man gesagt, die Armee soll sich nur noch auf die wahrscheinlichsten Einsätze konzentrieren, aber Verteidigung als Kompetenz erhalten. Diese Kompetenz, die konnte erhalten werden, aber wir haben nicht mehr genügend Ausrüstung dafür. Die Armee hat letztes Jahr einen Bericht vorgelegt im August, wie man diese Verteidigungsfähigkeit wieder stärken könnte. Und die Armeeführung ist jetzt bestrebt daran, diesen umzusetzen, auch natürlich mit Unterstützung der Politik, mit der Erhöhung des Budgets auf 1%. Und dann ist noch die Ausbildung. In der Ausbildung sehe ich viel Gutes. Ich war letztes Jahr bei einer Übung am Petioncain, einer Infanterie-Rekrutenschule, Woche 15, und habe dort ein Gefechtschiessen beobachtet. Ich war begleitet von Verteidigungsattachés und die haben alle gesagt, es ist unglaublich, was unsere Rekrutinnen und Rekruten, es waren übrigens 20% Rekrutinnen in dieser Übung, was diese nach 15 Wochen können. Das war nachher mal das Ende der Rekrutenschule. Was uns hingegen fehlt bei der Ausbildung sind Übungsplätze, wo man das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen üben kann. Also das heisst Bogenschussfeuer und gleichzeitig mit mechanisierten Kräften vorrücken. Was wir in der Schweiz auch nicht können, ist der Kampf im überbauten Gebiet. Das ist enorm wichtig, weil die Schweiz ist mehrheitlich urban überbaut. Und dafür brauchen wir Ausbildungsplätze im Ausland. Und das werden wir in Zukunft dann auch mehr pflegen, mehr im Ausland trainieren, um eben dann die Bereitschaft zu erhöhen. Also zu diesen Thematiken werden wir auch noch kommen, weil es wurden auch noch einige Fragen gestellt zur Kooperation bzw. zum Training im Ausland. Ich möchte aber noch zurückkommen auf die Alimentierung, auf den Personalbestand, weil dahingehend wurden auch Fragen gestellt. Reichen die 100'000? Du hast es bereits etwas angetönt und es wurde auch betont, davon sind ja nur rund ein Viertel Kampftruppen. Und jemand möchte wissen, wie viele Kampftruppen es benötigen würde, damit wir unser Land verteidigen könnten. Zuerst muss man sagen, Verteidigung ist ja nicht ein eindeutiger Begriff. Es kommt immer auf die Bedrohung an, wie wir angegriffen werden. Was wir heute sehr gut können, wir können die zivilen Behörden unterstützen beim Schutz kritischer Infrastruktur, mit den Infanteriebataillonen und das ist auch ein Teil der Verteidigung. Das erhöht die Resilienz, die Durchhaltefähigkeit der zivilen Kräfte, hindert vielleicht einen Gegner daran, überhaupt einen nächsten Schritt zu machen. Auch das ist Verteidigung und ich denke, das können wir heute schon sehr gut, das darf man auch einmal sagen. Dann, wenn wir über die schweren Kräfte sprechen, die aktuelle Konzeption der Armee sieht vor, dass es möglich sein muss, zwei Schwergewichtszonen zu bilden. Schwergewichtszonen sind Zonen, wo eben dann die Mechanisierten drin sind, also mechanisierte Panzerkräfte, die dort zeitlich und räumlich eine Überlegenheit haben. Und mit diesen zwei Schwergewichtszonen will man in Zukunft verteidigen gegen einen umfassenden, bewaffneten Angriff. Jetzt, dieser Aufbau, bis wir diese Mittel haben, das wird in Schritten erfolgen müssen, weil wir werden mit dem uns zu verstehenden Budget nicht alles auf einmal beschaffen können. Es gibt einen schrittweisen Aufbau. Wir beobachten immer die globale Lage, die Sicherheitslage und sollte sich diese verschärfen, wäre es tatsächlich dann möglich, einen Antrag zu stellen, auch zu erhöhen und auch diese Mittel auszubauen. Im Moment aber, so wie wir jetzt stehen, und für die nächsten Jahre werden wir mit diesen 100'000, die werden mit denen auskommen. Jemand sagt, es gibt zu wenig Personal, zu wenig Ausrüstung. Ausrüstung hast du auch schon angesprochen. Und die Person behauptet, wir seien, die Schweizer Armee befindet sich noch in einem Dornröschenschlaf und muss jetzt endlich aufwecken. Ja, wenn Sie die Medien der letzten Wochen gesehen haben, dann merken Sie, wir sind aufgewacht. Ich glaube, wir sind schon letztes Jahr aufgewacht, als wir im August eben ein schwarzes Buch präsentiert haben. Das hat den Titel «Die Verteidigungsfähigkeit stärken». Dort drin zeigt die Armee auf, was ein mögliches Vorgehen, ein möglicher Plan aus Sicht der Armee, es ist immer die Politik, die dann entscheidet, aber ein möglicher Plan aus Sicht der Armee wäre, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Dort drin sind alle Aspekte angesprochen, also denen ist die Schwermittel, die Luftverteidigung, Cyberabwehr, es ist alles dort drin, auch Aussagen zu den Beständen, zu der Ausbildung, zur internationalen Kooperation. Das ist sehr lesenswert und das zeigt eben auf, dass wir aufgewacht sind. Viele Systeme kommen ans Lebensende in den nächsten zehn Jahren rund. Das gibt Lücken, wir haben heute schon Lücken. Jemand möchte wissen, bis wann haben wir sämtliche Lücken gefüllt? Bis wir sämtliche Lücken komplett gefüllt haben, das wird dauern. Wir haben ausgerechnet, um die ganze Armee wieder vollständig ausrüsten zu können, das würde etwa 40 Milliarden kosten. Und eine wichtige Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg ist der Munitionsbedarf. Man muss sich vorstellen, die Ukraine verschiesst pro Woche etwa so viel Munition, wie in einem Monat in Europa hergestellt werden kann. Das kommt noch etwa 8 bis 10 Milliarden dazu für Munition, für Ersatzteile. Das heisst, die vollständige Ausrüstung würde etwa 50 Milliarden kosten. Mit dem normalen, mit dem regulären Budget würden wir bis Ende der 30er Jahre benötigen, um das Geld überhaupt zusammenzuhaben. Und wenn man dann noch die Beschaffungszeiten nimmt, dann wären wir eigentlich erst Mitte oder Ende der 40er Jahre wieder vollständig ausgerüstet. Und deshalb ein schrittweises Vorgehen, weil wir eben früher schon bereit sein müssen, zeigen wir auf, dass wir in einem ersten Schritt, der etwa 13 Milliarden kostet, rund ein Drittel der Bodentruppen ausrüsten. Den vollen Luftschutz, Cyberabwehr, Digitalisierung ist auch voll dabei, aber etwa ein Drittel der Bodentruppen. Und mit diesem schrittweisen Vorgehen können wir früher verteidigungsbereit sein. Wir können lernen, wir können technologische Chancen nutzen. Und deshalb schlagen wir das vor. Viele Fragen kamen auch zur internationalen Kooperation. Und ich lese hier eine ausführliche Fragestellung vor. Im Bericht Verteidigungsfähigkeit und Kooperation des Bundesrates wird in der Konklusion Folgendes festgehalten. Drittens ist die internationale militärische Kooperation zu intensivieren, damit die Armee von Erfahrungen und Standards anderer Streitkräfte profitieren und gleichzeitig mit ihnen Fähigkeiten, mit ihren Fähigkeiten einen Beitrag zur Sicherheit in Europa leisten kann. Was ist diesbezüglich geplant? Die internationale Kooperation ist überhaupt nichts Neues. Die Schweiz ist seit 1996 bei der Partnerschaft für den Frieden der NATO dabei. Übrigens ein interessantes Detail. Eines der ersten Länder, das bei der Partnerschaft für den Frieden bei der NATO mitgemacht hat, das war 1994, das war Russland. Und die Schweiz hat sich dann seit 1996 beteiligt. Im Bereich der Luftwaffe, der Spezialkräfte, ist es absolut normal, dass international zusammengearbeitet wird. Das wäre auch gar nicht anders möglich. Wenn es jetzt um eine Intensivierung geht, um was geht es hier? Das eine, was, glaube ich, für uns jetzt als Armee im Vordergrund steht, ist die Ausbildung im Ausland. Also die Möglichkeit, auf ausländischen Übungsplätzen, auf grossen Truppenübungsplätzen, das Gefecht der verbundenen Waffen trainieren zu können. Die Kombination von mechanisiertem Stoss, Feuer. Auch wir schiessen in der Schweiz, wenn wir Artillerie- oder Minenwerfer schiessen, meistens in die Berge. Auch einmal in eine Ebene schiessen zu können und das auszuwerten, das können wir in der Schweiz nicht. Auch den Kampf im überbauten Gebiet. Wir haben zwei grössere Häuserkampfanlagen, die heissen Nale und Euli. Das sagt der Name schon etwas, das sind Bauerndörfer mit 26 Häusern. Das grössere, es gibt in Deutschland eine Anlage, die heisst Schnöckersburg. Das sind 500 Gebäude, fünfstöckige, hohe Gebäude. Dort hat es verschiedene Quartiere, Industriezonen. Es hat dort auch Kanalisation, es hat eine U-Bahn, es hat Autobahn. Also eigentlich das ganze Spektrum, was es für den Kampf im überbauten Gebiet braucht. Wenn wir Verteidigungsfähigkeit erhöhen müssen, und wir müssen, dann müssen wir trainieren können und das ist wichtig im Ausland. Ein zweiter Aspekt ist noch bei den Systemen, die wir einführen. Viele der Systeme, die sind neu für uns in der Art, zum Beispiel auch die F-35. Ein Fünf-Generations-Kampfflugzeug haben wir noch nie eingeführt. Und hier müssen wir zwingend von den Erfahrungen anderer Streitkräfte profitieren können. Ich glaube, es wäre nicht verstanden, wenn wir dieselben Fehler machen würden, die andere Länder schon gemacht haben. Etliche Personen wollten wissen, ob wir in Zukunft mit der NATO zusammen Übungen machen. Und wenn ja, auch solche, die den Bündnisfall trainieren, also diese Artikel-5-Fallwürden trainieren. Diese Übungen im Ausland sind natürlich zwei Seiten. Also sie müssen auch immer beide Seiten wollen. Und man muss sich bewusst sein, die Übungen, die die NATO durchführt, jetzt an der Ostgrenze, die Verteidigungsübungen, da besteht gar kein Interesse, von keiner Seite dort mitzumachen. Warum nicht von der NATO-Seite? Ja, weil die NATO weiss genau, die Schweiz als neutrales Land würde bei einem Artikel-5-Fallwürden, dann nicht beteiligen. Und deshalb ist das eigentlich gar kein aktuelles Thema. Übungen sind möglich, auch wenn wir NATO sprechen, da müssen wir uns bewusst sein, für uns sind die wichtigsten Partner in der internationalen Kooperation unsere Nachbarn. Und ausser Österreich, die drei grossen Nachbarn, die sind in der NATO. Und deshalb ist immer auch die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn, ist immer auch in einem gewissen NATO-Rahmen drin. Ja, es gibt Zusammenarbeiten. Wir hätten letztes Jahr nach Frankreich gehen wollen, für eine Übung Oculus. Und es ist geplant, nächstes Jahr nach Österreich zu gehen, für eine Übung, wo wir wahrscheinlich zusammen mit der Bundeswehr, dem Deutschen und dem österreichischen Bundesheer gemeinsam trainieren wollen. Das ist geplant, das ist aber keine NATO-Übung, es ist keine Artikel-5-Übung, sondern es ist eigentlich eine trilaterale Übung, mit den Ländern, mit denen wir sowieso am engsten zusammenarbeiten. Und mit welchen Soldaten würden wir dort hingehen? Selbstverständlich mit unserer Miliz. Da muss man auch wissen, die Dienste im Ausland, die beruhen auf Freiwilligkeit. Also auch zum Beispiel die KFOR heute, unsere KFOR-Soldatinnen und Soldaten, die sind freiwillig. Für Übungen im Ausland wird man anschreiben, die Truppe anschreiben, fragen, wer interessiert ist an einem Wiederholungskurs im Ausland und wird diesen dann eben entsprechend so durchführen. Also die Idee ist, etwa ein grösseres Bataillon oder ein Bataillon einzusetzen für diese Übung nächstes Jahr. Und glauben Sie, Sie werden genügend Freiwillige finden? Unbedingt. Wir haben bei Oculus letztes Jahr bei der Befragung, haben schon viele zugesagt und waren dann etwas enttäuscht, dass die Übung nicht stattfand. Du hast die Neutralität vorher angesprochen. Neutralität, dieser Begriff ist auch in etlichen Fragen aufgetaucht. Ich lese hier eine Frage vor. Wie halten Sie es mit der Neutralität? Kann man noch ernsthaft behaupten, dass die Schweiz neutral ist, wenn die Armee im Ausland trainiert und Kooperation mit anderen Ländern anstrebt? Internationale Kooperation ist auch für neutrale Länder, unmöglich. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Neutralität hat zuerst einmal das Neutralitätsrecht. Das sind ganz einfache Grundsätze, wie man darf nicht direkt in einen Konflikt zugunsten einer Seite eingreifen. Man darf keine Verträge, Bündnisse eingehen, die dazu führen und auf keine Seite bevorteilen, die in einem Konflikt involviert ist. Das ist das Neutralitätsrecht. Und dann bei uns die Neutralitätspolitik. Die ist etwas weiter ausgelegt. Die lässt es aber zu. Wir sind heute schon in der Partnerschaft für den Frieden. Übrigens wie andere neutrale Länder auch. Zum Beispiel Österreich ist dabei, Irland ist dabei, Schweden, Finnland waren dabei. Die sind jetzt der NATO beigetreten. Also das war immer möglich und das ist auch möglich. Was wir bei dem Ausbau der internationalen Kooperation anstreben möchten, ist mehr Interoperabilität. Das heisst, dass übrigens ähnlich wie damals im Zweiten Weltkrieg, als General Guison vom Bundesrat beauftragt wurde, das ist auch schriftlich festgehalten, dort stand, ja, die Schweiz ist neutral. Sobald die Schweiz angegriffen würde, fallen die Massnahmen der Neutralität weg und es könnten Bündnisse eingegangen werden. Das obliebt dann dem Bundesrat, diese Bündnisse. Was aber wichtig ist, die Armee muss diese Optionen vorbereiten. Das heisst, sie muss gewohnt sein, in Prozessen, in Standards, in Strukturen mit anderen Armeen zu arbeiten. Das ist diese Interoperabilität. Das kann man nicht einfach dann, wenn es gebraucht wird, sondern es braucht lange Vorbereitungszeiten. Und das ist einer der Hintergründe dieser internationalen Kooperation. Eine weitere Frage kommt zur Mobilisierung. Wie sind Sie mit dem Mobilisierungskonzept der Schweizer Armee zufrieden? Gibt es angesichts der globalen Sicherheitslage Anpassungsbedarf? Mit der Armee 21 haben wir die Mobilmachung damals abgeschafft. Wir haben sie zum Glück dann mit der Weiterentwicklung der Armee. 2018 haben wir sie wieder eingeführt. Wir haben diese zu trainieren begonnen. Wir hatten dann, wenn man so will, einen Test, wie weit diese Mobilmachung wieder gediehen ist, nämlich mit Covid, weil wir in wenigen Tagen über 5'000 Armeeangehörige mobilisiert haben. Das hat damals sehr gut funktioniert. Die Vorgabe für die Schweiz ist, innerhalb von 10 Tagen 35'000 Armeeangehörige zu mobilisieren. Wir machen immer wieder Tests, zum Beispiel wenn Batallionen in den Wiederholungskurs gehen. Die Logistikbasis der Armee, die macht auch immer Tests. Die trainieren diese Prozesse ein, sie überprüfen sich auch. Und deshalb bin ich im Moment sehr zufrieden mit dem, was es braucht. Man kann das noch weiterentwickeln. Mit der vollständigen Ausrüstung wird es möglich sein, dass wieder mehr Truppen ihr eigenes Material haben, das man dann auch dezentralisieren kann. Übrigens auch, wie wir das ja früher schon einmal gesehen hatten. Ein Zuschauer oder Zuhörer möchte wissen, ist die Logistik heute bereit für die Verteidigung? Unterhalt, Bevorratung, Nachschub, Supply Chain? Ja, wahrscheinlich ist die kurze und ehrliche Antwort ist nein. Wir sind heute nicht bereit und wir wissen das auch. Wir haben 2004 mit der Logistik hat man umgestellt auf ein Konzept, das betriebswirtschaftlich orientiert war in der Logistik. Das heisst, man das Material alles zentralisiert in den Armeelogistikzentren, in Schmalregallagern. Und was wir jetzt machen, wir sind daran, wieder eine Kriegslogistik aufzubauen. Das beinhaltet auch die Prozesse, zum Beispiel aus unterirdischer Bevorratung die Munition wieder zu kämpfen und Truppe zu bekommen. Und dieses Konzept wird dieses Jahr vorgestellt und wird in den nächsten Jahren dann umgesetzt. Wir haben von Lücken gesprochen vorher. Jemand möchte wissen oder sagt, stellen Sie sich vor, Sie erhalten ein einmaliges Zusatzbudget von 20 Milliarden. Wie würden Sie diese 20 Milliarden in der aktuellen globalen Sicherheitslage konkret in die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Schweiz investieren? Und eine zweite Frage, die geht ins Gleiche. Da fragt eine Person, welches Waffensystem wird am dringendsten benötigt? Die Antwort auf die erste Frage ist einfach, weil wir haben letztes Jahr mit dem schwarzen Buch vorgestellt, dass wir einen ersten Schritt zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit machen möchten. Dieser erste Schritt ist ein definiertes Paket, das umfasst gewisse Fähigkeiten, Systeme. Das muss als Gesamtes verstanden werden. Und dieser erste Schritt kostet 13 Milliarden. Und wenn wir jetzt 20 bekommen würden, dann würden wir sicher diesen ersten Schritt umsetzen. und dann würden wir auch die Bevorratung an Munition und Ersatzteilen erhöhen. Also wir würden nichts Neues machen, nichts Aussergewöhnliches, sondern würden diesen ersten definierten Schritt einfach rascher umsetzen, was wahrscheinlich in Anbetracht der sich veränderten geopolitischen Lage dann auch helfen würde, diesen rascher umzusetzen. Die Frage, was wir am dringendsten brauchen, es gibt heute Fähigkeitslücken, bestehende, die wir schliessen müssen. Die sind vor allem bei der bodengestützten Luftverteidigung. Wir werden das System Patriot beschaffen für die grosse Reichweite. Es fehlt uns ein System mittlerer Reichweite und kurzer Reichweite. Das sind die Lücken in der Luft. Am Boden gibt es Lücken bei der Wirkung auf grössere Distanz. Das heisst auf Deutsch Artillerie. Und dort gibt es auch neuere Systeme, Raketenartillerie, Artillerie, die weiter wirkt als unsere heutige. Dort müssen wir auch einen umfassenden Schritt machen, einen Update. Und dann haben wir viele Systeme, die alt sind heute, auch unsere Artillerie, die Führungsfahrzeuge im Heer, die müssen ersetzt werden. In der letzten Zeit wurde auch viel über Panzer gesprochen. Und jemand möchte wissen, sind Panzer heute dann tatsächlich noch wichtig? Weil die Frage stellt sich, wo kommen in der Schweiz dann überhaupt Panzer zum Einsatz? Bräuchte es nicht vor allem einen Aufwuchs im Bereich Territorialinfanterie. Schliesslich ist die Schweiz ja ein extrem urbanes Gelände. Panzer sind einzigartig in dem Sinne, dass sie Mobilität, Feuerkraft und Schutz vereinen. Und wenn es darum geht, verloren gegangenes Gelände zurückzugewinnen, dann sind Panzer heute noch unabdingbar. Panzer müssen nicht rein eingesetzt werden, also nur als Panzerformationen, sondern das sieht man auch in modernen Konflikten. Panzer werden immer mehr auch gemischt mit Infanterie eingesetzt, können die Infanterie unterstützen, verstärken. Und deshalb wird der Panzer auch auf dem modernen, urbanen Gefechtsfeld auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wir kommen zu Dienstleistungsmodellen. Wehrgerechtigkeit waren Stichworte, die gefallen sind bei den Fragen. Ich fasse zwei Fragen zusammen. Jemand möchte wissen, was hindert die Politik daran, dann die Wehrpflicht auch für die Frauen einzuführen. Schliesslich würde dies ja den Personalmangel gemäss dieser Person sofort lösen. In anderen Ländern klappt es auch prima, schreibt die Person, zum Beispiel Israel. Und jemand sagt, Stichwort Wehrgerechtigkeit, Männer und Frauen in den Militärdienst. Die Schweizer Armee ist auf gutem Weg, aber wann gelingt endlich der grosse Sprung? Ja, zur ersten Frage, was hindert die Politik daran? Ganz einfach, die Verfassung, gemäss unserer Bundesverfassung, sind heute nur die Männer wehrpflichtig. Der Bundesrat wird Ende dieses Jahr für ein neues Dienstpflichtsystem entscheiden. Und eine der zwei Optionen, über die er entscheiden wird, ist eben, man sagt eben, die bedarfsorientierte Rekrutierung. Das würde heissen, Frauen und Männer werden stellungspflichtig. Und man nimmt diejenigen, die dann eben geeignet sind und gebraucht werden. Die breitere Auffassung im Moment ist, dass wenn es dann zu einer Volksabstimmung kommt, weil eine Verfassungsänderung braucht immer eine Volksabstimmung, dass dieses Modell leider, muss ich persönlich sagen, keine Mehrheit finden würde. Somit kommen wir dann zum zweiten Frage. Was machen wir dann? Eine Option ist den Orientierungstag. Alle Männer heute müssen an den Orientierungstag, diesen auch für Frauen obligatorisch zu machen. Das würde uns helfen, weil alle Frauen hätten einmal die Möglichkeit zu sehen, was gibt es für Instrumente in der Sicherheit der Schweiz. Das ist nicht nur die Armee, das ist auch Armee, Zivilschutz, Feuerwehr, Polizei, auch Zivildienst wird dort vorgestellt. Und es gäbe uns die Chancen, auch mehr Frauen zu gewinnen. Das Ziel der Armeeführung, zehn Prozent Frauen zu haben, das steht noch. Und mit diesem obligatorischen Orientierungstag wäre dies möglich. Im Moment ist vorgesehen, dass die Ausarbeitung der Verfassung, Gesetze, Verordnungen, die steht. Das geht jetzt im Moment intern in die Vernebenlassung und dann in die Ämterkonsultation. Und es ist geplant dann, dass es 2028 zur Abstimmung darüber kommt. Du hast gesagt, das Ziel ist zehn Prozent. Wie viele Prozent sind es heute? Ja, jetzt gibt es hier eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Wir haben in den letzten fünf Jahren den Frauenanteil verdoppelt. Das klingt gut. Das ist vielleicht die schlechte Nachricht auf sehr tiefem Niveau. Wir haben verdoppelt von 0,7 auf 1,4 Prozent heute. Okay. Jemand vermutet, dass Bataillonskommandos vorwiegend an Berufsoffiziere vergeben werden. Ist das so? Ist hier System dahinter? Will man Kaderfunktionen nur noch den Berufsmilitärs vorbehalten? Die Schweizer Armee ist eine Milizarmee. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und Milizarmee heisst für mich, dass bis in die höchsten Funktionen auch Milizkader sind. Ein Beispiel sind in den Territorialdivisionen die Stellvertreter, die Brigadiere dort. Das sind Milizbrigadiere. Das ist ein Konzept, das sich sehr bewährt, weil die Stellvertreter vertreten auch, repräsentieren häufig auch die Division gegen aussen. Es ist wichtig, dass dort auch die Miliz sichtbar ist. Bei den rund 100 Bataillonen, die wir haben, ich habe jetzt die neueste Zahl nicht, aber es ist etwa die Hälfte sind Milizkommandanten und die andere Hälfte sind berufsmilitär. Bei den Kompaniekommandanten sind es sogar verhältnismässig noch viel, viel mehr Milizkommandanten. Ganz populär waren Fragen nach der Dienstdauer und erstaunlicherweise vielleicht, ich fand das sehr spannend, etliche Leute wünschten sich, dass man länger Dienst leisten dürfte oder noch freiwillig Dienst leisten dürfte über das Dienstalter hinaus. Die erste Frage diesbezüglich. Meiner Meinung nach müsste man die Dienstalterspflicht erhöhen. Ich musste auch acht WKs und drei Ergänzungskurse machen. Eine höhere Alterslimite würde auch die soziale und fachliche Komponente bei der Truppe und im Kader stärken. Deine Meinung? Ich teile diese Meinung zu 100%. Das würde einerseits der Armee guttun, eine Durchmischung oder eine diverse Organisation mit verschiedenen Meinungen. Das ist nicht nur Geschlecht, aber auch mit verschiedenen alten Meinungen. Das hilft der Armee. Die Verwurzelung in der Wirtschaft würde verbessert. Das würde auch helfen. Ich teile diese Meinung. Aktuell im Militärgesetz ist eigentlich ziemlich viel vorgegeben. Es ist vorgegeben, wie viele Diensttage, wie viele Wiederholungskurse. Wir möchten das in Zukunft etwas lockern können. Es wäre denkbar in Zukunft, wenn es dann ein neues Dienstpflichtsystem gibt, dass man darüber auch nachdenkt. Und zum Beispiel bei der Bildung der leichten Kräfte. Wir unterscheiden schwere Kräfte, das sind die mechanisierten, dann mittlere Kräfte, die Infanterie, leichte Kräfte, das ist leichte Infanterie, dass man eigentlich genau das dort macht. Also es sind eingeteilt, da können auch Freiwillige sein, die länger in der Armee eingeteilt sind. Die müssen nicht drei Wochen am Stück machen pro Jahr. Die können ihren Dienst auch gestückelt machen und so eigentlich genau das erreichen. Einerseits erhöhen wir der Bestand etwas, andererseits die Verwurzelung. Aber das ist der Moment, das sind noch Pläne, da sind noch nichts entschieden. Eine ähnliche Richtung, aber jetzt spezifisch auf Kaderfunktionen, geht die folgende Frage, Herr Korkommunant, wären Sie für die Auf- oder Anhebung der Altersobergrenze für Kadertätigkeiten, insbesondere für Generalstabsschule und Milag? Können Sie diesbezüglich etwas unternehmen? Es gibt heute eigentlich, es gibt Altersobergrenzen, aber es gibt Möglichkeit, Ausnahmen zu bewilligen, wenn dies Sinn macht. Wichtig ist, dass wenn wir jemanden ausbilden in unserem Milizsystem, dass er uns doch noch einige Zeit zur Verfügung steht, das ist das Hauptkriterium. Und wenn das gegeben ist, ja, dann machen wir auch Ausnahmen beim Alter nach oben. Du hast es vorher schon gesagt, freiwilliger Dienst. Noch eine Frage dazu. Ist das heute schon möglich, dass man über die Diensttage, Pflichttage hinweg, Dienst leistet? Was müsste ich tun? Ich möchte noch gerne mehr Dienst leisten. Ja, zuerst ist natürlich der Bedarf, es muss ein Bedarf dafür vorhanden sein, das ist er häufig auch. Und in der Tat haben ja viele, die freiwillig Dienst leisten, vor allem auch Offiziere, wir haben auch Stabsoffiziere, die werden eigentlich mit 50, würden die militärisch pensioniert, wenn man das so sagen will, die machen länger. Also da gibt es Möglichkeiten, unbedingt mit dem Kommandanten, mit dem direkten Kommandanten darüber sprechen und zu sehen, was für Möglichkeiten es gibt. Eine weitere Frage zu den Generalstabsoffizieren. Es gibt Gerüchte, so schreibt jemand, dass es bald keine Generalstabsoffiziere mehr geben wird, respektive die Anzahl dieser stark verkleinert wird. Ist an diesem Gerücht etwas dran? Überhaupt nicht. Ich würde fast sagen, im Gegenteil. Der neue Kommandant der Generalstabsschule, ist der Herr Brigadier Metzler, hat ein neues Konzept für die Generalstabsausbildung. Und die Idee ist, die Ausbildung wieder auf einen neueren Stand zu bringen. Es geht etwas weg vom individuellen Kämpfer, mehr auch in Gruppenarbeit, auf wirklich die Vorbereitung von zukünftigen Aufgaben. und das wird auch in Zukunft Generalstabsoffiziere brauchen, werden auch in Zukunft die Besten dafür brauchen. Und ich kann hier nur Werbung für alle machen, die das hören und könnten, diesen Weg auch zu gehen. Stichwort Leadership. Ich weiss, Leadership liegt dir sehr am Herzen. Und jemand möchte diesbezüglich fragen, wie das mit dem Umgang der Kader und gegenüber den Soldaten ist. Also der Umgang der Kader, so die Zuschauerin, sei heute immer noch genau gleich wie 1984. Wann kommt die Armeepunkt um Menschenführung endlich im Jahr 2024 an? Das wäre wichtig, um die Abwanderung in den Zivildienst zu verhindern. Ich glaube, Leadership ist, es hat zuerst mit dem Leader zu tun und ich komme hier, ich versuche immer das auch mit den fünf V zu erklären. Ein Leader muss ein Vorbild sein zuerst, also er muss das, was er erwartet, auch selber vorleben können. Dann muss er eine Vision entwickeln, also ein Ziel, das eben nicht nur messbare Ziele sind, sondern Ziele, die auch Herzen bewegen. Das ist gemeint mit der Vision. Er muss Verständnis zeigen, seinen Unterstellten gegenüber. Verständnis heisst nicht immer einverstanden zu sein. Dann muss er Vertrauen geben. Wir führen in der Schweiz Rame mit Auftragstaktik, das heisst, wir geben Ziele vor und lassen dann möglichst viel Freiraum für die Umsetzung. Das braucht viel Vertrauen und zum Schluss geht es darum, Verantwortung zu übertragen und Resultate einzufordern. Ich sehe sehr, sehr viele Leader in unserer Armee, die das machen, aber leider stelle ich auch fest, dass es immer noch alte Verhaltensmuster hat und tatsächlich ist es so, ich bin 1986 in der Rekrutenschule und manchmal erkenne ich tatsächlich noch Muster, die dort immer noch sind. Wie machen wir das? Wir machen es vor allem bei der Ausbildung der Offiziere, auch bei der höheren Unteroffiziere, aber auch schon bei den Wachmeistern in der Ausbildung, dass wir genau diese Leadership-Grundsätze vermitteln. Leadership ist am Schluss nichts anderes als transformationale Führung. Das heisst, das, was man in der Armee lernt über Leadership, das ist auch im Zivilen anwendbar. Aber ich bedauere es auch, dass es immer noch diese Muster gibt und ich weiss, dass der Kommandant oder der Chefkommandoausbildung mit all seinen unterstellten Kommandanten, die machen alles, um eben in diese moderne Form des Leadership zu kommen und diese alten Möderli und Muster wegzubekommen. Auch eine Zuschauerin möchte wissen oder sagt Folgendes, stellen Sie sich als Chef der Armee vor, Sie dürften die Rekrutenschule ganz neu aufsetzen. Ungeachtet vorhandener Infrastruktur, Gesetze und Waffensysteme, wenn Sie komplett frei wünschen könnten, wie würden Sie eine zeitgemäße, kluge und militärische Grundausbildung gestalten? Das ist natürlich die Frage. Und ich habe ein sehr gutes Team im Kommandant Ausbildung, die machen sich genau diese Überlegungen und vieles geht in eine sehr gute Richtung. Ich glaube, ein Thema ist die Modularisierung, also dass man die Ausbildung in Blöcken macht. Persönlich denke ich, es hat sehr viel Theorie, die vermittelt wird. Also es braucht irgendwo eine Umgebung, in der Lernen möglich ist, der gemeinsame Austausch möglich ist, wo es keinen Zeitdruck gibt. Und da muss man nicht immer auch morgens um sechs Uhr aufstehen und abends um zehn Uhr zu Bett gehen. Und da muss es aber abwechselnd sein, wieder mit Phasen, wo eben Training ist, Einsatztraining, und das muss sehr reell sein, sehr einsatzorientiert. Und es braucht diesen Wechsel. Und ich glaube, mit der Modularisierung, wie es das Kommando Ausbildung anstrebt, passiert das. Dann beobachten wir, dass eine neue Generation junger Rekrutinnen und Rekruten zu uns kommt, nämlich diejenigen, die ihre Schulzeit kompetenzorientiert ausgebildet wurden und das so erlebt haben. Auch dem müssen wir Rechnung tragen, das heisst mehr Eigenverantwortung, mehr auch in der Ausbildung Ziele vorgeben statt Lektionen, mehr Ausbildungsthemen, Stoffe miteinander verbinden, sodass es eben spannend und interessant und auch herausfordernd wird. Zum Schluss noch zwei etwas spezielle Fragen auch, aber ich fand sie sehr interessant. Von der gleichen Person jetzt die nächste Frage, die jetzt auch die letzte Frage gestellt hat. Worin sind leidenschaftliche Gamerinnen besonders gut, wenn man ihre besonderen Skills militärisch nutzen möchte? Und wollen sie das? Natürlich wollen wir das. Ich glaube, diese Spiele, diese Taktikspiele, und deshalb sind es auch Taktikspiele, geben einem ein Gefühl, auch über das Vorgehen. Also es ist nicht die Beherrschung des Gerätes, der Waffe, das macht man einem am Joystick, aber es ist, wie gehen wir vor, oder ein Gefühl zu haben für Umgebung, für ein Situational Awareness, sagt man dem. Und das kann man in Spielen tatsächlich erwerben. Und das kann zum Beispiel gerade bei Häuserkampf oder bei komplexen Situationen eine Rolle spielen. Wir auch in der Armee, wir übernehmen immer mehr solche Games, solche Spiele auch für Taktiktraining. Da gab es schon Anwendungen. Wir bilden auch in den Kaderschulen teilweise schon damit aus, haben erste Experimente gemacht. Und ich würde davon ausgehen, dass es in Zukunft noch mehr verbreitet ist. Die allerletzte Publikumsfrage. Dienen Sie, Herr Gorkommandant, dem Volk oder der Politik? Der Armee und der Sicherheit. Ganz, ganz zum Schluss jetzt noch. Gibt es noch irgendetwas, das du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ja, es gibt schon etwas, etwas, was mich stark beschäftigt im Moment. Ich sehe, dass sich die Welt verändert. Die Welt gliedert sich wieder in Blöcke. Die Zeit, die letzten 30 Jahre, die eigentlich vom Frieden geprägt waren, von Globalisierung, Prosperität, die neigen sich einem Ende zu. Man spricht von einer Zeitenwende. Es sind immer mehr Staaten wieder, die sich dieser regelbasierten Sicherheitsordnung widersetzen, die diese nicht mehr respektieren. Und es kommt die Machtpolitik zurück. Wir sehen das einerseits in der Ukraine, aber auch im Nahen Osten. Wir sehen es in Afrika, im Norden von Afrika. Die Sicherheitslage insgesamt verschlechtert sich. Und ich denke, wir müssen uns alle bewusst sein, dass uns das etwas angeht und dass wir uns darauf entsprechend vorbereiten müssen. Noch eine Frage, trotzdem noch zum Schluss. Und zwar zum Format von heute. Warst du überrascht über diese Fragen? Hast du solche Fragen vom Publikum erwartet? Ich fand, die Fragen waren sehr breit. Es waren überraschende Fragen dabei. Gewisse waren nicht so überraschend, die ich auch bei meinen Auftritten immer wieder höre. Ich finde das Format spannend so. Ich wäre gerne jederzeit wieder bereit, mich hier deinen Fragen zu stellen. Sehr gut. Herzlichen Dank, Thomas, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg in deiner Funktion und dass du deine Aufgaben und Herausforderungen auch meistern wirst. Herzlichen Dank. Danke dir, Matthias, dir und deinem Team, dass wir das heute so machen konnten. Danke.